Ich hab was für dich. Was ist? Das ist ungefähr das hässlichste Ding, was ich je gesehen habe. Warum schon? Findest du? Warum ist es so schwer, den Richtigen zu finden? Na ja, oft sind Menschen nicht so, wie man denkt, dass sie sind. Und wie merk ich, wer der Richtige ist? Ich merke mich. Lars? Ja? Danke für den schönen Abend. Du bist echt meine Rettung. Wie kommt's, dass du alleine hier bist? Boah, fuck. Aber ich hab deine Interessenz hier. Danke. Das ist geil. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020